So Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die 555 Abonnenten hier mit unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Emotional Aqua geknackt. Und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für euer Engagement, für eure Motivation, für eure stetige Zeit, die Videos zu schauen, zu liken, zu kommentieren, untereinander euch zu helfen, Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das alles in einem wirklich sehr familiären, sehr konstruktiven, nicht immer üblichen Rahmen hier auf YouTube. Vielen, vielen Dank für euer Engagement, eure Zeit und eure Motivation. Ohne euch wäre dieser Kanal logischerweise nie so gewachsen, wie er jetzt wachsen konnte. Und ich hätte nicht die Möglichkeit, Videos zu machen wie dieses, wenn es euch nicht geben würde, weil dann wird es ja logischerweise keiner schauen, keinen interessieren und ich würde diese Videos nicht mehr machen. Ich habe riesig Spaß dabei, diese Videos hier für euch zu erstellen und immer etwas Neues hier an Content zu kreieren, neue Dinge auszuprobieren und letztlich dann mittlerweile sogar von Herstellern angesprochen zu werden, ob ich nicht mal was testen möchte für die Community mit Gewinnspielen. Und das Ganze macht wirklich riesig Spaß. Nicht nur mir, sondern ich merke es ja auch euch. Und ich denke, zusammen sind wir da schon zu so einer kleinen familiären Community hier zusammengewachsen. Und ich hoffe, dass es weiter so viel Spaß macht, mit euch hier diesen Weg zusammen zu beschreiten und letztlich hier auf YouTube immer größer zu wachsen und immer mehr Videos mit immer relevanteren, spannenderen, informativeren und unterhaltsameren Inhalten für euch, mit euch gemeinsam hier zu machen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle von euch, die mich hier schon teilweise wirklich sehr lange vom Anfang an, seit Dezember letzten Jahres läuft jetzt der Kanal hier begleiten, stets meine Videos kommentieren, interagieren, miteinander kommunizieren und einfach, ich freue mich jedes Mal auf eure Reaktionen, auf eure Kommentare, wenn ein neues Video rauskommt. Und ja, für euch letztlich mache ich diesen ganzen Haufen Arbeit, der hier hinter steckt und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich auf eine wirklich geile Zeit, hoffentlich noch weiter hier mit euch auf YouTube zusammen weiterzuwachsen und freue mich natürlich, wenn ihr weiter meine Videos schaut und ja, darauf reagiert. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann nutzt doch bitte auch meinen Affiliate-Link konkret hier für Aquaristik Krüger und bei der Firma Algova habe ich mittlerweile ein Affiliate-Programm, wo ich sehr, sehr dankbar bin und wo ihr ohne, dass euer Einkauf teurer wird, diese Affiliate-Links für euren Einkauf nutzen könnt und letztlich mir damit einen Gefallen tun können, weil ich eine Provision dafür bekomme und sich für euch letztlich nichts am Kauf oder an der Zustellung dieser Produkte ändert. Damit tut ihr mir wirklich einen riesen Gefallen und könnt mir helfen, hier auch für euch, für uns alle letztlich weiterhin Videos auf diesem hohen Niveau zu machen und immer wieder neue Sachen auszuprobieren und letztlich dann natürlich auch einen unterhaltsamen und immer innovativen neuen Charakter bei diesen Videos zu gewährleisten. Und als kleines Dankeschön an euch für eure Motivation und euer Engagement möchte ich dieses kleine Jubiläum jetzt hier nutzen, um euch etwas Sinnvolles zurückzugeben. Und mal wieder nicht irgendwas, sondern ganz konkret Dinge, welche ich allesamt auch selbst hier bei mir im Einsatz habe und euch alle definitiv unbedingungslos, ausnahmslos empfehlen kann. Ich freue mich euch. Dank meiner großzügigen Sponsoren für dieses Jubiläumsgewinn Wir spielen nämlich niemand Geringerem als das Who is Who der deutschen Aquascaping-E-Commerce-Szene Aquaristikrüger, Aquasabi, als auch dem deutschen Hersteller mit Spezialisierung auf gesundes und wirtschaftlich effizientes Futter der Firma Algova Preise im Wert von weit über 200 Euro für diese Verlosung zur Verfügung stellen zu können. Es wird letztlich insgesamt sieben glückliche Gewinner bzw. Gewinnerinnen unter euch geben. Und zwar werde ich verlosen. Ein Clear Garden Mini M Weißglas Aquarium von Aquaristikrüger im Wert von 62,50 Euro. Die Clear Garden Aquarium sind dabei die Hausmarke von Aquaristikrüger, die sich seit Jahren wirklich sehr gut am Markt etabliert haben und sich per Auslotung von Aquaristikrüger scheinbar eher an die Einsteiger des Aquascapings richten sollen. Wobei, ganz ehrlich Leute, hier muss ich mal eine Lanze brechen und zwar ganz klar sagen, dass die Qualität auf einem solch hohen Niveau ist und ich mir wirklich kein schöner verarbeitetes Becken mit noch höherer Qualität vorstellen kann. Aber gut, ich habe auch noch kein ADA Aquarium hier bei mir gehabt. Insofern ist das Clear Garden ganz klar das maximalste der Gefühle bisher und für mein Verständnis an ein Aquarium auch das Nonplusultra, insbesondere in Sachen Preisleistung. Ihr könnt also ein Weißglas Aquarium gewinnen, welches höchste Anforderungen an Optik und Verarbeitung mit einem im Gegensatz zu vielen anderen Weißglas Aquarien günstigen Preis erfolgreich in Einklang bringt. Das neu aufgelegte Mini M hat dabei übrigens eine Glasstärke von 6 mm und die klassischen Maße bleiben von 36 x 22 x 26 und ich selbst habe hier mittlerweile bereits mein drittes Mini M von Aquaristik Krüger und die Kanten sind bei den Aquarien übrigens immer sehr präzise geschliffen und aufwendig poliert gewesen, wodurch die Seiten und sogar der Boden bei entsprechender Beleuchtung in einem wirklich schönen weiß-bläulich-brillanten Ton erstrahlt. Das Aquarium ist natürlich auch unauffällig filigrantransparent verklebt und hat wie bei der Poolbauweise üblich keine störenden Stege. Des Weiteren gibt es drei Dünge-Sets von Aquasabis hauseigener Dünge-Serie Aquarebel bestehend aus jeweils einer 500 ml Flasche Aquarebel Eisendünger Mikro Spezial sowie einer 500 ml Flasche Aquarebel Makro Basic NPK im jeweiligen Gesamtwert von 26,80 Euro für euch zu gewinnen. Der Aquarebel Mikro Basic Eisen enthält übrigens alle wichtigen Mikronährstoffe, soll auch als Wochendünger perfekt einsatzbar sein und bringt dabei alle wichtigen Eisenverbindungen für eure Wasserpflanzen mit ins Becken ein. Der Aquarebel Makro Basic NPK enthält die essentiellen, wichtigsten Makronährstoffe Nitrat, Phosphat und Kalium. Beide Dünger sind, seitdem ich mich entschlossen habe, meine Aquarium zu düngen, meine erste und bisher wirklich auch einzige Wahl mit durchweg sehr, sehr guten Resultaten fürs Aquascaping. Beide Dünger sind insbesondere in stark beleuchteten und gut bepflanzten Aquarium wirklich geeignet, um einen letztlich üppigen Pflanzenwuchs aufrecht zu erhalten und diesen natürlich dann auch zu fördern und eure Pflanzen natürlich auch alle essentiellen Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Und last but not least hat die Firma Algova freundlicherweise noch drei Starters rund um Sorglos-Pakete, jeweils im Wert von 25,50 Euro, bestehend aus 100 ml Arthemia Vita, den dekapsulierten Arthemia Eiern, als auch dem zugehörigen und empfohlenen Spezialsalz in pharmazeutischer Qualität für mein Gewinnspiel hier zur Verfügung gestellt. Durch die negativen bzw. zumindest mal kritischen Aspekte bei einer konventionellen Arthemia Aufzucht bewogen, wurde das Produkt Arthemia Vita von Algova in Deutschland entwickelt. Arthemia Vita besteht dabei konkret aus entkapselten Arthemia Eiern, genauer gesagt aus Arthemia Franziskaner, die letztlich in einer speziellen Salzlösung konserviert werden und deshalb natürlich dann auch schlupffähig bleiben. Die Eier werden von Algova auch in Deutschland in einem speziellen Verfahren dekapsuliert. Diese fertige Suspension muss von euch dann letztlich nur im Tiefkühlfach gelagert werden und soll hier mindestens einmal zwölf Monate bei fachgerechter Lagerung, also ganz konkret bei minus circa 18 Grad, haltbar bleiben. Ihr bekommt übrigens diese Produkte von Algova immer in einem speziellen Kühlversand zugestellt, das ist eine spezielle Kühlversandtasche, sodass die Kühlkette beim Versand niemals unterbrochen wird. Die Arthemia Vita, dekapsulierten Arthemia Eier, weisen dabei eine 95-99%ige Schlupfquote auf, was nochmals deutlich höher ist als alles, was ich bisher in Bezug auf die Schlupfquote anderer Hersteller in Erfahrung bringen konnte. Und das wirklich Positive hierbei ist, jetzt sollten ein paar Eier zudem mal nicht geschlüpft sein, müssen diese nicht extra von euch zuvor herausgesiebt werden, sondern können ganz einfach mit verfüttert werden, ohne letztlich dabei Gefahr zu laufen, dass diese gegebenenfalls von den Jungfischen mit fatalen Folgen letztlich dann gefressen werden könnten. Denn es gibt ja keine problembehaftete Eierschale. 100 Milliliter dieser Arthemia Vita Suspension sollen dabei ganzen 4 Millionen Eiern, beziehungsweise mindestens einmal 30 Gramm Arthemia Eier in getrockneter Masse entsprechen. Das heißt, 25 Milliliter entsprechen etwa einer Million Eier, was als ausreichend für ca. 5 Liter Brutansatz deklariert wird. Wenn ihr also wie ich hier einen halben Liter Wasser in dem JBL Arthemia Set in diesem Zylinder hier ansetzt, sollte euch solch ein 100 Milliliter Fläschchen für ca. 40 Brutansätze ausreichen können. Je nachdem natürlich, wie hoch ihr das Ganze dann jeweils entsprechend dosiert. Zum Lieferumfang gibt es dann selbstverständlich noch eine ausführliche Schlupfanleitung, in welcher dann auch nochmal der optimale, also der ideale Prozess nochmal schön bebildert, dargestellt und natürlich auch beschrieben wird. Zu dieser innovativen Art der Arthemia Eier, beziehungsweise deren Aufzucht, habe ich übrigens auch schon einmal ein ausführliches Video gemacht. Und falls ihr dieses noch nicht gesehen habt, dann schaut doch mal rechts oben im Eck da, blende ich es euch jetzt nochmals ein. Weiterführende Infos zu all diesen wirklich tollen und sinnvollen Produkten, habe ich euch auch nochmals in die Videobeschreibung mit reingepackt. So, die Ermittlung der insgesamt sieben Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Und um an diesem Gewinnspiel nun teilnehmen zu können, müsst ihr letztlich ein paar technische Bedingungen nur noch erfüllen und schon kann die von mir für diesen Zweck verwendete Software auch euch unter den Kommentaren als potenziellen Gewinner ausfindig machen. Und zwar Punkt 1, der Emotion Aqua YouTube Kanal muss von dir abonniert sein. Punkt 2, du musst dieses Video geliked haben, also Daumen nach oben. Und Punkt 3, du musst unter diesem Video bitte einmal etwas kommentiert haben. Und zwar schreib mir doch mal bitte ganz konkret, über welchen der zuvor genannten Preise du dich am meisten freuen würdest, sodass ich dies bestenfalls, was ich jedoch, Achtung, ausdrücklich an dieser Stelle nochmal erwähnt, nicht versprechen kann, berücksichtigen könnte. Deine Lieferadresse muss sich übrigens innerhalb von Deutschland befinden, um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Und das war's auch schon. So nehmt ihr automatisch an dem von mir hier auf YouTube ausgetragenen Gewinnspiel teil und habt letztlich die Chance auf einen dieser wirklich sinnvollen, unnützlichen Gewinne, mit denen ihr euer Aquascaping Hobby bestimmt auch noch sinnvoll ergänzen und unterstützen könnt. Das Gewinnspiel läuft übrigens ab heute, den 28.07.2020, genau für eine Woche, das heißt bis zum 4.08. bis um 23.59. Am darauffolgenden Tag, dem 4.08.2020, werde ich dann die über eine Software zuvor zufällig ausgelassenen Gewinner hier unter dem Video bekannt geben. Und zwar werde ich dann die Gewinnerkommentare wie immer kommentieren, dass ihr gewonnen habt und auch, was ihr konkret gewonnen habt. Im Nachgang müsstet ihr mir dann nur noch bitte per E-Mail eure Lieferadresse zukommen lassen, welche ich dann lediglich zum Zweck der Zusendung der Gewinne bei den Dünge-Sets von Aquasabi Gitschitis von mir auf meine Kosten an euch noch benötige, beziehungsweise bei dem Mini-M würde ich dann eure Lieferadresse entsprechend an Aquaristik Krüger und bei den Artemia-Sets an die Firma Alcova Zwecks der Zusendung der Gewinne natürlich dann weitergeben. Eure Daten werden ansonsten weder gespeichert noch an andere Dritte weitergegeben werden. Und schon gehen die Gewinne an euch raus und ihr könnt bereits ab der kommenden Woche dann eure Gewinne bei euch zu Hause nutzbringend in den Händen halten und verwenden. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmals an Aquaristik Krüger für das Clear Garden Mini M 6mm Weißglas Aquarium, an Aquasabi für die zur Verfügung gestellten drei Dünge-Komplett-Sets bestehend aus jeweils einer 500ml Flasche Aquarebel Eisendünger Mikro-Spezial sowie einer 500ml Flasche Aquarebel Macro Basic NPK und natürlich auch an Alcova für die drei Artemia-Aufzucht-Sets mit Schlupfgarantie. Die genauen Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel findest du übrigens auch nochmals unten in der Videobeschreibung. Bitte lies dir diese einmal ganz genau durch, um sicherzugehen, dass du sie auch richtig verstanden hast, was du genau tun musst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, also wie du dich letztlich genau qualifizierst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen und was genau die Voraussetzungen sind. Vielen, vielen lieben Dank an alle nochmal unter euch, die mich hier wirklich teilweise schon sehr lange auf YouTube verfolgen und ja, meine Videos immer anschauen, kommentieren und interagieren. Ich freue mich wirklich jedes Mal auf euch. Vielen, vielen Dank und jetzt mitmachen, Kanal abonnieren, Video liken, Video kommentieren und in einer Woche könnt ihr vielleicht schon einen dieser ganz tollen Preise bei euch zu Hause in Einsatz haben. Ich freue mich jetzt auf eine weitere richtig geile Zeit mit euch hier auf YouTube im Rahmen unserer wirklich sehr, sehr schön gewachsenen Community und hoffe möglichst vielen von euch letztlich eine kleine Freude mit diesem Gewinnspiel nochmal bereiten zu können. Ich freue mich jetzt aufs nächste Video. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin, euer Eike. Ich freue mich jetzt aufs nächste Video.